ja moin leute heute in diesem video geht es um das nexus 4 das nexus 4 review was sind meine gedanken über das nexus 4 und was kann es und was können wir mit diesem ding überhaupt anfangen jetzt nach knapp vier bis fünf monaten ist das nexus 4 endlich durchgängig erhältlich im google playstore kann man das kaufen oder auch irgendwo anders aber im google playstore bekommen uns zurzeit am günstigsten produziert wird es von lg und es weist eine sehr gute verarbeitungsqualität auf was ja vielleicht für lg nicht ganz so populär ist wir haben vorne und hinten eine glas seite und das ganze besteht aus gorilla glass 2 allerdings sollte man das telefon nicht unbedingt runter schmeißen smartphones sind nicht dafür gemacht runter geschmissen zu werden ich hatte das nexus 4 genau einen tag und dann hat es ein freund von mir runter geschmissen und die rückseite war gebrochen und ich muss es direkt einsenden das war ein bisschen ärgerlich an der seite finden wir eine art weicheres plastik es fühlt sich auf jeden fall sehr gut an es ist abgerundet und es liegt sehr angenehm in der hand und das smartphone letztlich insgesamt mit einer hand sehr gut bedienen auf der rückseite finden wir etwas ziemlich besonderes was ich noch so bei keinem anderen smartphone gesehen habe das sind eine art kleine kacheln die unter der glas rückseite liegen man kann sie also nicht erfüllen sondern nur sehen und das sieht ziemlich cool aus wenn man das licht richtig drauf fallen lässt dann ist es auf jeden fall ein hingucker auf der vorderseite finden wir dann das display das ist ein 4,7 zoll display mit 1280 x 768 bildpunkten das macht dann insgesamt 319 pixel pro zoll und das liegt fast in der nähe des iphone mit 326 pixeln pro zoll selbst wenn wir das display auf voller helligkeit haben sehen wir noch die notification led die mir wirklich gut gefällt an dem telefon man es gibt ja noch apps mit denen man einstellen kann welche farbe die für was haben soll und das ist ziemlich solid denke ich am nexus 4 finden wir insgesamt noch drei andere tasten das sind einmal der power button und die lautstärke wippe die natürlich aus lauter und leiser besteht die bedienungstasten wie home button oder zurück button oder der button für die letzten applications finden wir auf dem screen sogenannte on screen tasten und das macht den bildschirm ein kleines bisschen kleiner weil eigentlich sind es damit nur noch 4,45 zoll brauchbare display fläche außer die on screen tasten verschwinden zum videos ansehen oder wenn man einen route hat und das anders gern gelöst haben möchte zu den on screen tasten es geht man kommt nicht unbedingt drauf und durch das haptische feedback was es gibt also wenn man auf eine taste drückt und das telefon vibriert kurz merkt man auch dass man die taste gedrückt hat und man kommt eigentlich nicht aus versehen drauf das telefon ist relativ leicht mit 139 gramm es gibt deutlich schwerere handys das iphone mit 112 gramm ist natürlich nichts dagegen das liegt wie eine feder anhand sage ich mal ein unterschied ist hier aber dass hier im nexus 4 eine mikrosim karte drin ist das nexus 4 hat eine ziemlich nette funktion man kann nämlich das nexus über induktion laden und das eigentlich eine ziemlich coole sache es gibt da direkt einen dock für wo man das drauflegen kann und dann kann man auch bildschirmschoner aktivieren wenn man das gerade über induktion auflädt eigentlich eine ziemlich interessante sache aber ich glaube so viele leute nutzen das nicht wobei ich denke dass das laden über induktion noch eine sehr große zukunft hat und deswegen im nexus 4 nicht falsch sein kann die kamera hat mich beim nexus 4 etwas enttäuscht ich hatte mit ein bisschen besseren bildern gerechnet die bilder wirken sehr ausgewaschen haben übrigens eine auflösung von 8 megapixeln also 8 millionen pixel aber naja die fotos wirken relativ verrauscht sobald es ein bisschen dunkler wird nur wirklich bei vollem lichteinfang können sie ihre volle qualität entfalten ein problem hatte ich allerdings mit der auslöseverzögerung die relativ hoch ist also dass die zeit zwischen dem auf den knopf drücken und dem wirklichen schießen des fotos die ist relativ hoch und das ist manchmal ziemlich nervig im inneren des nexus 4 arbeitet ein snapdragon s4 pro quad core prozessor mit vier rechenkernen und zusammen mit dem andreno 320 grafikprozessor flutscht das ding es ist butterweich alle animationen laufen super flüssig und ich kann mich nicht beschweren das ding es läuft und es läuft es übrigens die gleiche hardware die zum beispiel auch im sony xperia c zu finden ist also dieses high end smartphone mit full hd display was jetzt letztens auf den markt kam könnte ich ja mal ansehen und das ist ordentlich natürlich liegt hier viel mit optimierung zusammen aber mit dem antutu benchmark test habe ich ein maximales ergebnis von 20.500 punkte erreicht was nicht ganz schlecht ist natürlich gibt es manchmal kleine hänger wie in google chrome oder so aber das ist wirklich android das liegt nicht an dem handy das läuft sonst butterweich eingebaut ist ein 2100 milliampere akku und man denkt eigentlich das ding das müsste ordentlich leistung haben aber es ist schwierig durch den vollen tag damit zu kommen wenn man viel damit arbeitet das große display zieht ordentlich an strom und naja zum display es könnte auch 16 zu 9 sein ich vermisse wirklich das 16 zu 9 das hier ist ja dann doch eher richtung 4 zu 3 dadurch dass die onscreen controls noch drauf sind und man muss einfach sagen wenn die displays breiter sind hat man natürlich eine größere fläche die beleuchtet werden soll man kann das mathematisch berechnen dass ein 16 zu 9 display mit der gleichen bildschirm diagonale eigentlich eine kleinere fläche hat und damit theoretisch weniger akku verbraucht natürlich das ding ist nice und das display ist wunderbar wunderbare winkel zum ansehen und tolle farben aber naja der akku den zieht das ordentlich da man den akku auch nicht rausnehmen kann beziehungsweise den speicher erweitern kann das ganze gibt es nämlich nur in 8 oder 16 gigabyte hat man hier eher auf qualität als auf auswechselbarkeit gesetzt google und lg haben hier also auf wertigkeit gesetzt anstatt anpassbarkeit für speicher und akku dafür liegt das ding wirklich gut in der hand aber das sind eben so ein paar punkte die man hier wirklich kritisieren kann warum kaufe ich mir dann also dieses telefon nun zuerst wir haben pures android wir haben kein skin der drüber liegt wir haben android so wie google es sich ausgedacht hat wie es sein soll und das läuft unglaublich flüssig unglaublich schön und man kann super viel damit machen einfach ein kaufgrund für sich allein der zweite punkt ist der preis mit 300 euro beziehungsweise 350 für 16 gigabyte ist das telefon einfach nur unglaublich günstig für ein high end smartphone da kommt nichts anderes zurzeit dran vom preis leistungsverhältnis das ein punkt einfach nur um das wirklich zu kaufen und der dritte punkt ist einfach der snapdragon s4 pro es gibt inzwischen schon schnellere prozessoren aber dieser prozessor ist trotzdem unglaublich leistungsfähig und auch ein kaufgrund für sich noch mal mich stören an dem handy wirklich dass es keine möglichkeit gibt den akku auszuwechseln weil er wirklich nicht sehr gut ist die kamera die mittelmäßig ist nicht unbedingt ein kaufgrund und dass es kein lte gibt mich persönlich stört das nicht weil ich keinen lte vertrag habe aber viele andere wird wahrscheinlich stören die dort wohnen wo lte empfang ist aber das ist eine sache die man vielleicht ansprechen sollte insgesamt ist trotzdem ein top smartphone ich kann es jedem gerne weiterempfehlen es macht spaß das ding in der hand zu haben damit rum zu spielen und man kommt gerne zurück einfach nur man entriegelt es einfach nur um diese wertigkeit zu fühlen dass es flüssig läuft und schönes mache ich ganz gerne mal einfach das telefon nehmen und eine runde damit rumspielen das ist top und deswegen gefällt mir das ding wirklich gut und ich habe es nicht bereut es gekauft zu haben das ist mein review zum nexus 4 wenn es euch gefallen hat vergesst nicht zu abonnieren und ihr findet natürlich unten den kauf link unter dem like button und ich hoffe wir sehen uns dann auch im nächsten video vergesst nicht mehr in den sozialen netzwerken zu folgen alle wichtigen informationen sind unten und dann bis zum nächsten video ciao